willkommen zurück zu super mario party 10 und wir beginnen mit fahrt der prüfungen willkommen zurück joshi wir haben ja schon mal angefangen aber wir gehen natürlich wieder zurück zum start und machen natürlich von anfang an zurück zur karte ein viel glück gut beginnen wir hier bei pflanzen pflege bomba blume innerhalb von 20 sekunden zum blühen bringen okie das muss ich machen noch mal zu zweit start so oder was ja es klappt aber nicht richtig na los ich habe überhaupt keinen rückloss dabei ok gut das war dieses level geben auf zwei knips keilerei mindestens zwölf punkte abziellen okay auch nur zwei verdammt nur einen was ich bin doch vorne das zwei dieser fieslinge steckt er sein poli kann 15 punkte trotzdem gewann ja oh next und zack wenn das richtig schnell ist, macht das mehr Fes Boah, der hat 45, der Bowser Der Ghost hat 51 Ich kriege Müsst du eine Pause einlegen oder weiterspielen? Weiterspielen Zutaten, aber zackig Mindestens 4 Punkte, oha Grünkurs, Grünkurs, Grünkurs Grünkurs, Grünkurs Wisch 1 Ach, meine Nase kribbelt Corona Das ist unser dritter Punkt Wo ist er? Wo ist der Kohlmeister? Da, da Stehen hier mit dem Geist Naja, 5 Punkte So, äh, Spitze innerhalb von 25 Sekunden erreichen Naja, wie war das hier? Damit, ne? 3, 2, 1, los! Ach, wo ist der Knopf? Oh, verkei Verdammt, ich hab den verkehrt rumgehalten Ich muss die Spitze erreichen Wo ist die Spitze? Jetzt kletter! Du bist jetzt dran, ne? Ich hab das schon 5 Runden gemacht Äh, 5 hast du schon? Ja, es geht rucki zucki hier Guck 1, 2, 3, 4, 5 Das hier ist jetzt 6, 7, 8, 9, 10 So Ähm, okay Warte Alle im Eimer Ja, so Okay Let's go Warum zeigt er gerade sein Hintern? Ich hab das gerade so geschafft Äh Nexus Nexus Was machst du denn da? Du musst weitergehen, nicht? Ich hab's mal den ansprechen Hast du den da hinten gesehen? Nee 100 Punkte Oh mein Gott Ich hab's mal den ansprechen 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 Oh mein Gott Ich hab's mal den ansprechen 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 Bitteschön, Hitz. Vielleicht habe ich das aber einfach extra gemacht. Die haben hier Fußball gespiellt. Los, saug dich auf. Hey, ich bin als Einziger. Hinten in der Ecke, schnell. Wo musst du da hin? Wo soll ich da hingehen? Schnippeldi, schnappeldi, schnupp. Schnippeldi, schnuppeldi, schnupp da. Hoch, runter, links, rechts. In die Ecke. Hinter dir. Oben. Rechts. Unten. Da ist er noch ein bisschen. Oh! Schapoma. Aua, mein Fuß. Aua, mein Fuß. Ah! Das ist doch so geknickt. Oh, was jetzt? Ich helfe dir mal auf die Sprüche. Hä? Fußball! Fußball? Ja. Ich spreche jetzt. Fußball! Juuuuhu. 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 Oha. Start! Das hört sich wie ein echten Fußball an, ey. Schieß! Oder. Catched. Ooooooh. Ooooooh. Koopa, Koopa am Start. Er hatte mal. Nein, Bowser hat sich den Ball geschnappt und tritt nach vorne. Nein! Schalgeier! Oh nein! Und jetzt wieder Bowser am Start. Und er schießt ein Tor. 2 zu 0 für das gegnerische Team. Unglaublich! So, klein Koopa am Start. Oh nein, der Geist. Und Bowser schießt das dritte Tor. Wahnsinn! Innerhalb kürzester Zeit. Das ist nicht zu glauben! Und schon wieder Koopa am Start. Oh nein, der Geist. Irgendwie haben sie sich drauf. Kleiner Schalgeier. Peaches am Start. Immer noch Ball wurde wieder abgenommen. Nein! Mario hat den Ball. Mario hat den Ball. Nein, Bowser! Nein! Und jetzt der Schalgeier. Jetzt der kleine Koopa. Oh nein! Jetzt hat der Schildkrötenpanzermeister, was weiß ich wie er heißt. Wo bin ich? Weißt du überhaupt wie man schießt? Ja. 3 zu 1. In der letzten Sekunden noch ein Tor geschossen. Hat aber leider, leider nicht mehr gepasst. Und die Partie geht 3 zu 1 für das gegnerische Team aus. Darf ich mal probieren? Nein! Ich will auch mal Fußball spielen. Nein! Fußball sieht cool aus. Nein! Warte ab! Weißt du wie man schießt? Ja! Wie denn? Hier! Aha. Und da kommen die gegnerische Mannschaft und alle ins Stadion. Und das Spiel beginnt. Anpfiff. Scheibe hat den Ball, wurde abgenommen. Nein! Was ein Kuddelmuddel hier! Und der kleine Trupper schießt ein Tor. Aber das ist der Wahnsinn! Er hat die ganze Zeit 1 zu 0 für das Team. Unser Team. So! Der Ball ist frei. Nein! Der Ball wurde abgenommen. Nein! Jetzt hat Yoshi den Ball. Yoshi wurde den Ball. Und das Ball ist unglaublich. Ich weiß überhaupt nicht was ich hier reden soll. Und da kommt das nächste Tor. Kommt das nächste! Er ist reingekugelt! Ja! 2 zu 0! Das ist unglaublich! Und das geht direkt wieder rasant weiter. Wer hat denn hier den Ball? Der Scheigei! Und er schießt ein Tor! Das ist das 2 zu 1! Können sie noch das Ruder umreißen? Ich weiß es nicht. Es sind noch 30 Sekunden Spielzeit. Kein Kooper rett nach vorne. Yoshi! Nein! Der wurde abgefangen, dieser Ball! Mario hat den Ball! Mario schießt ein Tor! Es steht 2 zu 2! Ein Unentschieden in den letzten 20 Sekunden! Mann! Das ist unglaublich! Wer wird diesmal gewinnen? Wer wird diesmal gewinnen? Das wird ein ganz knappes Rennen! Wer hat den Ball? Oh! Das 3 zu 2! Das gegnerische Team hat aufgeholt! Jetzt sind es noch 13 Sekunden Zeit! Wenn jetzt kein Tor in den nächsten paar Sekunden fliegt, dann ist es wieder vorbei! Jetzt müssen sie nach vorne rennen! Uh! Uh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er schießt das 3 zu 3! Ein Unentschieden! Was wird das für das Spiel bedeuten? Geht das in die Verlängerung oder es ist Ende? Es ist Ende! Und somit verloren! Schade! Darf ich jetzt mal Fußball spielen? Danke! Juhu! Ich will auch mal! Fußball! Fußball! Und wie passe ich mit dem anderen Knopf? So! Bin ich? Da bin ich nicht! Zack! Der Ball ist im Spiel! Ich sehe nichts! Ach! Ich bin alle Spieler oder? Nein! Hä? Ich bin nur Yoshi oder was? Ja! Interessant! Zack! Jetzt habe ich den Ball! Ich habe den Ball! Ich habe den Ball! Wie passt ich denn? Ich weiß nicht, wie man passt! Uh! Oh! Oh! Geht nach vorne! Geht nach vorne! Geht nach vorne! Geht nach vorne! Gib mir den Ball! Gib mir den Ball! Gib mir den Ball! Gib doch den Ball! Ah! Eieiei! Das gibt's nicht! Holt ihn den Ball ab! Oh! Alter! Ist das schwer! Das gibt's doch nicht! Was sind das für ein Brot? Hä? Das ist viel zu schwer! Ich krieg ja nicht mal ein Tor geschossen! Die Mannschaft ist im Stadion! Und es geht los! Sie prügeln auf den Ball darauf ein! Der Ball fliegt nur quer durchs Stadion! Und da kommt schon das erste Tor! Oder? Nein! Ja! Nein! Ah! Gerade noch von Mario gerettet! Mario hat's gerettet! Und da kommt der kleine Koopa und rennt nach vorne! Und passt den Ball zu Peach! Aber Peach hatte freies Tor! Sie hat nicht geschossen! Warum nicht? Jetzt Yoshi! 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 Ja! Peach hat's geschafft! Sie hat das 1 zu 0 gemacht! Wahnsinn! Und da ist der Anfiff! Alle Spieler stürmen aufeinander! Los! Da ist der kleine Maulwurf! Und er schießt ein Tor! 1 zu 1! Und direkt geht's wieder los! Hart zur Sache hier! Und wer hat den Ball? Wer hat den Ball? Mario hat den Ball nach vorne gegeben! Kleiner Trupa! Duper! Was weiß ich! Yoshi hat den Ball nicht mehr! Abgenommen! So! Da kommt die Sternprinzessin! Was weiß ich wie sie heißen und schießen im Tor! Mondprinzessin! Was? Das ist die Mondprinzessin! Mondprinzessin! Ja! Der Ball wieder mitten im Spiel! Da kommt der kleine Maulwurf! Dem wurde gegrätscht! Und er hat den Ball verloren! Da kommt der kleine Koopa! Er steht ganz alleine vorne im vorderen Feld! Nein! Oh nein! Die Mondprinzessin hat den Ball! Und weiß nicht genau wohin! Jetzt aber! Oh! Kurz vor dem Ziel! Mario hat's grad noch so umgerissen! Jetzt geht's nach vorne! Oh! 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 Die Mondprinzessin hat den Ball! Und es ist wieder verloren! Und das Spiel beginnt zum zehnten Mal! Zum zehnten? Wir treffen uns wieder im Stadion! Start! Die Bande ist außer Rand und Band und sie schnappen sich den Ball! Da ist der kleine Koopa und läuft! Da kommt der Schildkrötenpanzerrücken! Und noch ein Schildkrötenpanzerrücken! Und ja! Da kommt Mondprinzessin! Und schieß sein Tor! Und schieß sein Tor! Du dummer Browser! Warum schießt du nicht? Jetzt aber! Musst du Gas geben! Musst du Gas geben! Jetzt! Mario steht frei! Du hättest nach vorne passen müssen! Oh! Der Kleine haut alles weg was geht! Da kommt der Monty Maulwurf! Und nein! Bowser hat's gerade noch umgerissen! Und passt nach vorne! Ja sehr schön! Mario steht alleine! Und Mario! Was macht Mario? Oh mein Gott! Das ist nicht zu glauben! Luigi hat den Ball! Jetzt wieder irgendwer! Die prügeln sich da einen zurecht! Aber keiner weiß so recht wohin! Und da kommt das nächste Tor! Warum tust du ihn nicht? Jetzt ist es so weit wie es aussieht! Schon wieder gelaufen! Das ist nicht zu glauben! Ja, drei Tore zu schießen ist nicht mehr zu machen! Das sind einfach nur... Mario! Gib mal! Hier! Mann, dieses scheiß gegnerische System! Soll ich einfach weiter? Ja! Start! So! Die Kuppe trubaut der Ball! Jetzt der Kuppe trubaut der Ball! Josi hat den Ball und der Grendt nach vorne! Und versucht mal zu schießen! Und siehst du das ist... Jetzt ist jetzt ein Tor geschlossen nochmal! Aber... Das ist ein anderer Knopf! Schieß doch! Schieß doch! Das willst du für den Drücker? Nein! Der ist so dumm! Gib mir den Ball! Schieß doch! Mann! Eins, null! Schieß doch! Faul die doch! Ja, die sind auf normal eingestellt, nicht auf Dingens! Ja! Habt ihr's! Ja, noch sind sie nicht rum! Werden hier verprügelt! Äh, schieß! Ah! Der oben! Aha! Wow! 3 zu 0 gewonnen! Endlich! Es ist geschafft! Mann! Das ist Wahnsinn! Geht's weiter zum nächsten Level! Zum Glück hab ich nicht auf den Tisch gehauen, sondern auf diese Arnhilde hier, ey! Sonst wär jetzt mein Tisch kaputt! Oh Gott! Das kann ich! Was muss ich drücken? Keine Ahnung! Drei! Zwei! Zwei! Und es geht los! Gumba gegen Yoshi! Yoshi, es bleibt am Start stehen! Du musst irgendwas drehen oder so! Ja! Drehen! Ja! Controller! Schneller! Schneller! Du! Gumba! Das geht! Ja! Schnell! Nochmal! Boah! 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 Gleich ne halbe Stunde dran nur für die ersten 10 Level, ey! Äh, du musst es so drehen! Drei! Zwei! 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 Los! Was müssen? Ja, was ist? Schneller! Oh Gott! Was ist das? Was ist das? Gib her! Spinner, ey! So! Jetzt wird gepaddelt! Freunde! Hat er dir grad in den Po geguckt? Gepaddelt! So! Ich hoffe's! Drei! Zwei! Zwei! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Jaa! Siehst du Junge! Morgen hab ich Muskelkater! Morgen ist Sonntag! Na, naja, der hat keinen Bock auf morgen. Dann muss ich munter zur Schule. Du bist gut geschafft, yes! Na, haben wir die Prüfungen bisher gefallen? Ab jetzt wird es kniffliger, weißt du, der wirkliche Wettkampf beginnt hier. Ach, das war schon schwer genug für mich. Für uns. Oh, füll mal meine Zähne. Was? Ja, kalt. Ich brauch meine Socken. So. Ja, nächstes Gebiet. Und damit machen wir im nächsten Video weiter. Bis zum nächsten Gebiet. Auf Wiedersehen.